Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Oft werden Bananenschalen achtlos weggeschmissen, dabei steckt in ihnen noch so viel Potenzial. In diesem Video zeigen wir euch, warum ihr Bananenschalen in eurem Garten verteilen solltet und was dabei zu beachten ist. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Nicht nur die Banane ist gesund, auch die Schale enthält viele Nährstoffe, die euren Pflanzen zugutekommen. Besonders hoch ist der Anteil an Kalium. Außerdem sind noch Magnesium, Calcium, Stickstoff und ein wenig Schwefel enthalten. Aber Achtung, wenn ihr Bananenschalen in eurem Garten verteilen möchtet, solltet ihr nur Bio-Bananen verwenden, da diese nicht mit Fungiziden gespritzt wurden. Ihr könnt die Bananenschalen klein schneiden und einfach auf euren Beeten verteilen. Besonders gut lässt sich das auf Beeten umsetzen, indem ihr ohnehin mulcht. Wie man richtig mulcht, haben wir euch bereits in einem vergangenen Video gezeigt. Ihr findet es noch einmal unten in der Videobeschreibung. Beim Mulchen braucht ihr die Bananenschalen nicht unterzuheben, sondern könnt sie einfach auf der Schicht liegen lassen. Dadurch wird die Mulchschicht nicht zerstört. Anders ist es, wenn die Banane auf der Erde verteilt werden soll. Hier könnt ihr die Schalenstücke etwas in die Erde eingraben. Wenn ihr sie anschließend gießt, werden bereits einige Nährstoffe freigegeben. Wenn ihr die Bananenschalen nicht alle gleich im Garten verteilen möchtet, könnt ihr sie auch in Stücke schneiden und an der Luft trocknen lassen. Im getrockneten Zustand können sie je nach Bedarf im Garten verteilt werden. Nicht nur die Pflanzen freuen sich über die Bananenschalen, auch Schnecken finden sie lecker. Das könnt ihr ausnutzen, um die Bananenschalen als Falle zu verwenden. Dafür trennt ihr die Bananenschalen so auf, dass lange, breite Streifen entstehen. Die Streifen verteilt ihr dort, wo die Schnecken sich am liebsten bedienen. In unserem Fall war das am Salatbeet. Wenn ihr die Schale mit der Innenseite nach unten legt, ist der Erfolg am größten. Am nächsten Morgen geht ihr wieder in das Beet und hebt die Bananenschale an. Die Schnecken haben sich darunter versammelt. Einige haften direkt an der Schale, andere nutzen diese als Versteck. Nun könnt ihr alle Schnecken aufsammeln. Die Bananenschalen könnt ihr mit entsorgen. Ihr könnt jedoch auch die Schnecken absammeln und die Schale erneut auslegen. Für zwei bis drei Nächte lassen sich die Schalen wiederverwenden. Die Schnecken könnt ihr entweder durch Zerschneiden töten oder mit Wasser überkochen. Wenn ihr sie lieber am Leben lassen wollt, solltet ihr sie weit weg bringen. Schnecken sind standorttreu und kriechen über 15 Meter weit zurück in euer Salatbeet. Nicht entsorgen solltet ihr die Schnecken im Komposter. Dort fühlen sie sich wohl und legen Eier hinein. Beim Verteilen des Humus können sie denn ins Beet gelangen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau am besten auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!